Warum ich gewinnen will? Ich bin ein Kugelblitz und ich habe den größten Kampfgeist. Es ist immer schwer als Frau einen Mann zu schlagen, aber ich werde heute alles geben und die Jungs hier nass machen. Ja, ich versuche meine Wettkampfstärke der letzten Jahre auszuspielen und habe ja wahnsinnige Erfahrungen, deshalb wird das schon klappen. Auf die Plätze, fertig, los! Ah! 45! Ja, 45! 20, 31, 32, 33, 34, 33, 34. 9,50m! 1,84m, auch 1,84m. Leichter wie Franzosemann, das ist schon cool. Leichter wie Franzosemann, das ist schon cool.